UNDERTALE 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 Ich glaube schon, ne? ECHO-FLOWER Okay, jetzt noch ein paar Mal wieder hangen Wow, was ist hier passiert? Also Das ist eine Box Ja, super Sincere, ein Box-Hater Oh Schau mal, was es hier unten gibt Kann man da nicht runterlaufen? Ach du Scheiße, was ist denn hier kaputt? Das ist nochmal so eine komische Blume Aha Und wie komme ich da rein? A Camera A Camera Ich werde da voll beobachtet Schau mal her, der Hintergrund hat sich schon wieder irgendwie so verändert Voll cool, oder? Ach Ah Schau mal her, was ist denn hier kaputt? Ja Ja, freilich Hm Warum kann ich das an- und ausschalten? Huuu Jetzt habe ich ein Tü-Tü an Ach du Scheiße, was ist denn jetzt hier kaputt? Da ist er, Alter, da ist er What the fuck? Hey, guck mal, der ist schon wieder No What? What? You see, you see, what do you see? Aha Ha 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 Ähm Okay, kommt jetzt gleich wieder der nächste Bossfight oder was? Ich muss mal bitte aufhören mit dem Späher, das wäre voll nice von dir Oh Okay Der kann man speichern Ah, der schon wieder Hä? Ist Andinen was weibliches? Das ist nicht der Falle, dass es weiblich ist Was steht denn hier drauf? Aha Na Ist das natürlich super Toll Voll verkackt mal wieder, ne? Echt Das ist halt so, immer nach dem Motto Wie ist das eigentlich, wenn man nix kann, ne? Das ist halt so, wenn man halt nix kann Dann kann man halt einfach nix So, jetzt nochmal, nächster Versuch, zack Ah, guck mal, da passiert was Da kann man doch bestimmt rein, dass so So, dass doch hier was in der, der Wand drin Hier, ne? What the fuck Uh Flex You flex Flexing contest? Okay, flex more What the fuck is a flexing contest? Oh god, oh god, oh god Okay Okay Nice I won't lose though Oh, ah, das heißt flexing here, huh? Uh, what the fuck Where you find next flex? You flex, flex is very hard He flexes himself Out of the room, heh 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 Das war jetzt cool, ne? Guck mal, da sind Kommen wir zu dem Schild Und gar irgendwie die komischen Pilze hier an und ausschalten, ne? Sehr ganz normal Okay Ich will jetzt mal gucken, was steht denn hier auf dem Schild Das ist schon mal, da bin ich sehr gut, was ich da gemacht habe, ne? Eigentlich überhaupt gar nicht so gut, aber Ich will jetzt mal gucken, was steht denn hier auf dem Schild Wir wollen doch alle wissen, was auf dem Schild steht Wir wollen doch alle wissen, was auf dem Schild steht Wir müssen doch wieder vier ergeben, oder? Ja Hä Natürlich ist es doof, irgendwie Aber jetzt müssen wir euch das jetzt hier hinlegen Ne Hm Congratulations, your fate will passen Ich kann aber nirgendwo vier Stück hinlegen Heißt das irgendwie dumm, oder so? Wie funktioniert das? Muss ich da oben reinnehmen? Hm Jetzt zum Teil Ja, könnte ich viel hinlegen, aber es bringt ja nichts Ja, jetzt passt halt auf, ne? Oh, da ist mal keine Kamera mehr hinter dem Wasserfall Ring Hallo, das ist Papyrus Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich bin zuerst für ein Freund, ne? Wink, wink, okay Wink, wink, okay Wink, wink, wink Wink, wink, okay Wie ist der Flexmeister? Ich muss schuhe, Schaf is up. Yo, man. Clean. Green means clean. Green. Aha. Yes. Oh, da ist ein Mond. Check Wall. Okay, Check Wall. Check Wall. Wo soll ich die Wall checken? Ich verstehe es nicht. Check Wall. Check Wall. Was soll ich machen? Wo? Ich check hier überall Walls. Also. Boah, teure Walls. Gehen hier ab. You can just make out the Walls. The Wall of Humans and Monsters. Okay? Why did the humans attack? So, da sind wir die alle in der ersten Menschen. So, da müssen wir mal hier gucken. Immer schön geschmeidig bleiben. Was geht hier ab? Nix. Warum kann man da hin? Das muss doch irgendeinen Sinn ergeben. Warum man da jetzt hinlaufen kann? Das gibt doch. Das Aber. Das ist so, wie bei Pocken. So, guck mal. Guck mal. Das läuft einfach auf so eine Plattform. Das Geräusch soundet jetzt nicht so gut. Das ist so, wie bei Pocken. Du. Du. Ja. Ich bin jetzt mal neu. 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 Machen wir uns mal neu. Ja, ganz genau. Alter, was soll ich das jetzt hier tun? Mach das halt bitte einfach. ich habe doch hier gar nichts getan jetzt kann man da nicht mal irgendwie ins menü was essen oder so das findet mich hoffentlich jetzt nicht mehr weiß gar nicht wo ich bin was macht die oh oh Touch me Ja, ich hoffe doch nicht, dass wir die nochmal sehen Ist doch nochmal ganz dicht Was ist denn das hier? Was hat es da mit dem Käse drauf? Squeak Erstmal erstmal hier Ah, da ist er wieder! Der Kumpel How's about that? Das ist ja mal cool Ja Schau mal, was gibt es denn hier? Alles rot, 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 rot Toll, richtig cool Ich habe ja gewusst, dass der wieder irgendeinen Blödsinn im Hirn hat Ne Und der Box ist auch irgendwie nie was Neues cooles Denn was bist denn du? Ja Ich hoffe, ich bin jetzt da Die Frage... Alter, so wie ein Blödsinn oder was? Uuuuuii Was ist da... Ich habe gerade Story Punch Card Wann kann ich denn das ausscheiden, ne? Nehm ich doch mal hier! Hier, hier Draht Ja, ein nice cream, hä? Warum ice cream, wenn ich auch nice cream haben kann? Oh, ich muss jetzt nicht sehen. Jetzt schaut er voll durchgeknallt jetzt hier aus. Da ist wahrscheinlich 10.000 Wege und keiner weiß, welcher der richtige ist, ne? Holy dude. Hm, just one that's kind of stupid. Stupid? Oh, das gefällt mir richtig gut. Das ist schon wieder. Ja, natürlich cool. Jetzt, ich hätte mal Gold gekriegt, mir da. Tolle Wurst, Alter. Ja, ja, komm. Jetzt hab ich die Ballettschuhe. Jetzt, pass auf. Das wäre noch richtig, richtig nice, wenn ich das alles anhören. Das ist richtig verstanden, aber ich das nicht, was man da jetzt macht. Vielleicht muss ich alle ausschalten oder alle einschalten. Vielleicht kommen dann welche, die ausgeschalten sind, die muss ich einschalten. Ja, ich verstehe. Ja, ich verstehe. Ring? Hello, Papyrus. Die Batterie Was ist jetzt der richtige Weg, weil da hinten rein geht? Auch noch was? Wenn das mit T-Shirt würde. Huch! Wir flexen uns jetzt wieder aus dem Raum raus, Alter. In einem neuen Flex-Kontest. Huch! 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 He Number-Hit! Huch! 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 Gut, gut, gut. The northern room hides a great treasure. Aha! Hört irgendeiner irgendwas? Ach so! Oh, das ist nicht haunt genug? Mhm. Boss Monster! A Boss Monster is always strong enough to persist after death. Oh yeah! Hm? Hm? Kann man jetzt den aufsetzen? Kann man den aufsetzen? Ah, den kann man jetzt aufsetzen. Hey warte, da oben passiert was. Oben, rechts, unten, unten, rechts. Nichts oben, rechts, nichts, unten, unten, rechts. oben rechts unten und oben nicht oben rechts nichts unten unten rechts das ist das was ich hier spielen muss also ja also nicht oben rechts nichts unten unten rechts ja mann alter was ist wie you you're carrying too much what the fuck stehen da oben drauf kann man nichts toll ja dann fick dich doch einfach Warum ist der Waffinplatz? Are you carrying too many dogs? Was für dogs? Annoying dog? Hä? Hä? What the fuck is going on? Was war denn das jetzt? Hm. Naja, ähm. Okay, würde ich mal sagen, ne? Dog Residue. Hm. Hm. Na ja, gut, jetzt ist der Hund irgendwie, habe ich einen Hund, und der Hund ist irgendwie jetzt frott. Ja, das ist irgendwie schon ein bisschen komisch, ne? Hm. Vielleicht geht das nochmal irgendwo, irgendwo. Oh, guck mal, es regnet. Dann ist das schon mal gut, dass ich so ein Umbrella habe, ne? Ne, da steht er wieder. Hm. Hm. Hm, hm, hm. 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 Der riecht nicht auf, das komische Dino. Ja, weißt du, in der Schule lernt man was, das richtige Leben, mein Freund, ne? Ganz genau, so, oh, ey, was ist das? Find ich schluss im Hintergrund. Hm? 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 Ja. Äh, nicht? Warte, das bräuchte auch wieder so. Uff, ich weiß nicht, der riecht nicht so oft das, oder die, oder das, oder was? Was weiß ich? Nie kaputt. Weiß nicht, sollen wir jetzt schon speichern, oder? Aber man könnte vielleicht mal speichern, falls das jetzt hart wird, ne? Wir speichern jetzt mal, aber wir machen die Folge noch nicht aus, vielleicht kommt jetzt gleich der Best Buy-Dose. Waterfall-Bridge. Ansonsten verabschiede ich mich jetzt mal, ne? Oh Gott. Es passiert bloß. Ich hab's genau gewusst, es passiert jetzt irgendwas, ne? Lieber mal gespeichert, ne? Man weiß halt nie, was passiert. Oh ja! Das war jetzt nicht fair, mein Freund. Du bist so wunderschön. Weißt du, wenn der jetzt gleich der Boss-Fight kommt? Jetzt würde ich gleich weiter... Ich probiere, dann werde ich den ganzen KC nochmal machen müssen, oder? Naja, was soll ich denn jetzt hier machen? Die Frequenz würde der Wehfascherei ziemlich erhöhen... Wo die... Da ist er, da ist er! Die sind ja... Ich glaube, ich kämpfe nicht mehr... Ich meine, wenn ich kämpfe... Also, ich versuche, sich wieder irgendwie zu meinem Robi zu machen... Aber ich bin nicht... Ich bin nicht so gut... 3... 2... Ich kann ja jetzt alle Blüde machen... Hier wäre das... Entschlossen... Was soll das denn jetzt hier? Ich allagiere auf empfängliche Wunschule, die Leute... Hm, der Sound hat aufgehört. Hm... Ja, Hallenbad, ne? Oh... Mein Name ist... Garbage Man? Das ist bestimmt wieder irgendein Secret dahinter, oder? So, jetzt warte ich da durch den Müll durch... Ja, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir speichern jetzt hier erstmal und dann ist die Folge für heute erstmal wieder gut, oder? Dann würde ich mal sagen, The waterfall here seems to flow from the sealing of the cavern. A piece of trash will flow through. Fall into the bottomless abyss below. Ja, dann würde ich mal sagen, schön war es mal wieder, bis zum nächsten Mal, habt noch einen schönen Abend, habt euch lieb, tülüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.